Ciao, ich bin Michele und gestiske das Hotel Concabella di Bacallo mit Mama Ruth. Guten Tag, ich bin Ruth Montereale und mit diesem Projekt möchten wir gerne das erste Weinhotel im Tessin werden. Wir sind hier in Concabella seit 1984. Wir sind hier in Marocco, wir sind hier. Wir sind hier sehr großartig. Wir sind hier im Papier. Nostro Papa ci ha trasmesso la passione per l'enogastronomia e per l'accoglienza. Da qui nasce l'idea di questo nuovo progetto, la realizzazione del primo Weinhotel del Ticino. Vogliamo infatti portare questa passione in tutta la struttura, anche nelle camere, in modo da permettere al cliente di vivere un'esperienza a 360 gradi nel mondo del vino. Wir sind hier in Connection mit der Petruz und Chemie Mio. Wir sind hier in Zusammenarbeit mit der Firma Korman. Wir sind hier in Kontakt vor Ort und in der comprendungswelt. Wir sind hier in der eurospeих Kormanovini. Wir sind hier in der Nähe des Kürze. sowie auch wunderbare Tours in einem schönen Risotto malrischem Mutschatal, wo man das Fuss mit dem Velo bequem reichen kann. Hiermit stossen wir auf das erste Weinhotel in Pessin. Grazie per vostro Sustenio. Salute! Grazie!